hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren folge von akim night in der letzten folge haben wir hier den borra runter gelassen und sind jetzt auf der suche nach commissioner gordon ich komme mal kurz hier oben auszusehen ohne die aufnahme zu starten und bin auch ein bisschen umgelaufen weil ich mir nicht aufgefallen ist achte ich hab ich hab halt gedrückt und es hat halt nicht übernommen den befehl ich weiß jetzt zum beispiel dass ich mit dem batmobil hoch muss deswegen gehen wir weiter ich habe immer schon die ganze zeit gelabert zwei minuten waren die aufnahme lang da ist mir aufgefallen ob er euch aber gar nicht aufgenommen und ja ich muss hier mit dem batmobil wieder hoch wort der hell ist dieses rätsel hier objekt außer reihe sichtweite verdeckt keine blick geortet muss doch dieser ohr bohrer sein egal wie komme ich wieder nach oben muss nur auf die höhe von dort kommen ich muss nur mit dem auto rumfahren jetzt hier lang muss ich nämlich ich dachte mir schon als ich umgelaufen bin das kann doch nicht wahr sein das ist das sieht doch so ausgemacht es sieht so aus als wäre es für spare puppy gemacht und dann war es auch habe ich echt benötigt hinten konnte nicht mehr weiterlaufen das ist das rätselösung wahrscheinlich ich das ist das Nein, das weißt du doch besser Wer zu Boden fällt, muss sich wieder aufraffen Das habe ich von einem alten Freund gelernt Holy shit Holy shit Holy shit Bro, what the fuck mache ich hier gerade? Ich muss ihn also dahin rappeln Äh, den Schraub würde ich nicht aufhalten Es gibt keinen Ausweg Ich fürchte, der Ausgang aus diesen Tunneln wird durch den Arkham Knight kontrolliert Dann muss ich kämpfen Panzerung und Bewaffnung des Batmobils sind diesem Fahrzeug nicht gewachsen Ich aber schon Ich finde einen Weg Du hältst mich nicht auf Du wirst hier unten sterben Allein im Dreck Geil, dass es hier auch eine Sackgasse gibt Also da ist eine Karte unten drunter Du kannst dich da unten nicht verstecken Wie gesagt, ich verstecke mich So Wie ist denn der? Ähm Ich finde dich, Bergen Hier ist immer noch Sprengstoff von den Ausgrabungen Ich muss ihn hier durchjagen, auf jeden Fall Wo bist du? Ja, wo bist du? Ich sehe dich nicht Kumpel, wo bist denn du? Ich sehe dich Ich habe dich ja extra hergelockt Kumpel 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 Doch, für mich schon Was? Dacht schon, ey Kumpel Kumpel Alles ist unter Kontrolle Wir sind fertig, Trainings Wir hatten einen Plan Er wird leiden Er wird sterben Du hältst mich nicht auf Du wirst hier unten sterben Allein im Dreck Du kannst sie nicht vor mir verstecken Ich versuche mich gar nicht zu verstecken Du versteckst sie hier vor mir, Alter Zeig dich endlich Bro, Kumpel Ich bewege mich nicht mal Ich bin heute noch nie in diesen Weg gegangen Das ist der Weg Dreck mal da Hoppala müssen wir abfahren wie hier hinten so dann kommen wir herr akim dass wir gegen dich schon wieder ein bosskampf haben muss schauen dass ich ich hatte gehofft du würdest dich mehr es war auch mein plan mich zu verraten ja what the fuck du bist alt vorhersehbar und hattest nie eine chance ja das hoffe ich ja auch aber ich muss ja gucken wie ich hier vorankommen komm komm jetzt ist vorbei der tag des letzten gerichts gewinne den kampf unter der erde ich habe die tür für regelung deaktiviert die schlage vor sie gehen jetzt mache ich auch holy shit ich glaube das schützt jetzt noch ein ja raus brechen muss ich es ich habe es geschafft ich habe es geschafft dich in die ecke gedrängt getan was kein anderer hier vollbracht hat die jahre die feinde keiner versteht dich so gut wie ich glaubst du krank hat oracle von selbst gefunden ich habe ihm von barbara erzählt ich habe doch gesagt dass ich alles über dich weiß aber keine sorge nein unser schönes bädtmobil was 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 hier oben muss ich hin da hat er gerade echt mal bädtmobil kaputt gemacht ja du hättest nicht zurückkommen sollen danke für den rat äh oh Video wie wie kommen dass du und jetzt hat kann man die regierung hier gut hier damit die jetzt Dreh dich um. Wer bist du? Du hast wirklich keine Ahnung. Oder Bruce? Jason? Aber du bist tot. Werd jetzt nicht sauer, Bats. Da hab ich dir wohl eine winzig kleine Lüge erzählt. Aber schau dir den Jungen doch nur mal an. Hast du gut gemacht. Haben wir. Du solltest stolz sein. Was ist denn los? Fehlen dir die Worte? Ich habe mehr erwartet. Das Schmerzen. Der Joker hat mir den Film geschickt. Ich sah dich sterben. Lüg mich nicht an! Wie lange hat es gedauert, bis du mich ersetzt hast? Ein Monat? Eine Woche? Ich habe dir vertraut. Und du hast mich einfach sterben lassen. So ist das nicht gewesen. Du hast mir immer gesagt, Bruce. Konzentrier dich auf das, was du erreichen willst. Und du schaffst es. Willst du wissen, was ich jetzt will? Dich sterben sehen. Du kannst dich nicht verstecken. Ich werde dich kriegen. Ich werde dich näher heran, um ihn zu überraschen. Holy shit, what the fuck? Okay, what the fuck? Du bist nicht der Einzige mit Helfern. Äh. Äh. Alles okay, Jungs? Denk dir was? Wer riecht? Ich bin okay. Ja, ja, ich hab. Alles ist gut. Habt das gehört? Hallo? Ist das er? Also, das war eine Hitler-Herausforderung. Ähm. Ich bin jetzt zum Geier. Und warum zum Geier haben wir jetzt schon wieder? Ein Bosskampf nach dem anderen gegen den Arkham Knight. Ach, da kam ich her, ich depp. Da kam ich ja her. Ja. Fertman hat angebissen, verteilt und Ruhe bewahren. Er hat keine Chance. Wir haben den Neid auf unserer Seite. Augen auf, Jungs. Lasst euch keine Angst machen. Wenn ihr euch nicht fürchtet, ist er macht. Schau mal weg. Schau mal weg. Nur die Angst. Nein. Die kommen jetzt von drüben, richtig? Ja. Okay, what the fuck? Gut. Sind wir noch welche Gegner? Gut. Mach ich. Warum noch immer, wie du mich magst? Du bist der Freund... Ja gut, man kann es auch verstehen. Deine eigene Tochter wohl entführt und dann bist du natürlich sauer auf uns. Nachdem du erfahren hast, dass er für uns gearbeitet hat. So. Das war der Joker. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wagt nicht so zu tun, als würdest du verstehen. Wieder neue Freunde. Du wirst da drin sterben. Und das ist das. Ich muss durch das Rolltor nach draußen, bevor sie das Gas freisetzen. Bro, ich habe ab so keine Ahnung. Hä? Mit der letzten Sekunde, bro. What the fuck? Ich habe gelernt, Schmerz zu ertragen, Batman. Und zwar von dir. Du kannst nichts angreifen, das du nicht sehen kannst. Die typische Beuzigungskanzerung. Deine Sensoren helfen dir hier nicht. Wir nutzen deine Augen, Batman. Wenn du noch weißt wie. Nein! Nichts! Der Typ hat tatsächlich meinen Detektive-Blic einfach ausgeschaltet. Er hat tatsächlich meinen Detektiv-Blick einfach unnütz gemacht. So, muss aufpassen. So, ich muss die Leute nicht mal ausschalten. Holy shit, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt gegen den Arkham Knight zweimal kämpfen am Stück. Ja, die Frage ist halt, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich, darf ich nicht runter. Gut, dich. So, ich bin fertig, ne, da hinten sind noch welche. Oh, what the fuck, Alter. Okay. Was ist jetzt mit der Gruppe? Ich muss noch einmal gegen Jason antreten. Ja, ich bei mich schon, Gordon, so wie es geht, so schnell wie es geht halt. Okay, ich bin im Untergrund, hier ist eine Trophäe. Nehme ich gern mit. So, dann muss ich jetzt die Drohne, äh, ich muss jetzt irgendwas blenden wahrscheinlich gleich. Was der Junker getan hat, tat er nur deines Weges. Er hat mich zerstört, um dich zu ärgern. Schlechte Idee, Jason wird mich sehen. So. Hier endet still, Bruce. What the fuck? Ach komm. Das ist Gerechtigkeit. Das ist, was du verdienst. Ich hab keine Ahnung vor dir, Bruce. Bist du keine Scande? Ich muss den Arkhamnader so noch scannen, hä? Sehe ich halt nur die Geräte hier. Schlechte Idee. Jason wird mich sehen. Danke. Das war's jetzt. Hoffentlich. Du bist Robin, Jason. Nicht das, wozu er dich gemacht hat. Stopp! Hör sofort damit auf! Du hast mir das angetan. Es tut mir leid. Du hast mich in einer verlassenen Ecke von Arkham verrocknen lassen. Über ein Jahr! Mit ihm. Es ist nicht zu spät. Wir können etwas tun. Gemeinsam. Erfüll dich. Habe Jason gefunden. Entschuldigung, Sir. Ich muss mich verhört haben. Ich dachte kurz, sie hätten Master Tutte erwählt. Du hast richtig gehört. Mein Gott, geht's ihm gut? Nein, tut es nicht. So, das war's dann wohl mit dem Arkham Knight. Na ja, ich würde allerdings sagen, ich wende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao! Euer Gladius